Ich habe natürlich auch die Arztbrinne auf. Also ich denke, Kalorien zählen, Prozentangaben macht keinen Spaß, ruhig vom Tisch aufzustehen, aber so einen leichten Hunger mitzunehmen, das ist die Regel Nummer eins. Wir bekommen die besten Informationen von Professor Andreas Michalsen. Er ist nämlich Fastenexperte, ist an der Charité in Berlin und außerdem Chefarzt der Abteilung Naturheilkunde und Innere Medizin am Immanuel Krankenhaus in Berlin. Von ihm stammt dieses schöne Zitat, die moderne Naturheilkunde ist wissenschaftlich fundiert und sie ist die einzige Antwort auf die steigende Zahl chronischer Erkrankungen. Gesundes, langes Leben fängt mit der Ernährung an, das weiß so gut wie jeder. Wie diese Ernährung allerdings aussehen, sollte darüber streiten sich die Geister. Informationen, Studien, wissenschaftlich Gesichertes gibt es genug, aber da widerspricht sich manches. Und da habe ich mir gedacht, da frage ich doch einen, der das wirklich wissen muss. Er ist nämlich Fastenexperte, heißt Professor Andreas Michalsen. Und wenn der schon alles Wichtige zum Thema Fasten weiß, dann weiß er natürlich auch, was wir in den Zeiten, zu denen wir essen, auch wirklich zu uns nehmen sollten, damit wir optimal versorgt sind. Also, wir bekommen die besten Informationen von Professor Andreas Michalsen. Danke, dass Sie dabei sind. Ja, danke, Frau Ruhm. Ich freue mich. Was sind denn Ihre drei wichtigsten, also Ihre drei goldenen Regeln für eine optimale Longevity-Ernährung? Also, das erste ist sicherlich wenig Essen. Also, Sie haben mich ja auch als Fastenarzt angekündigt und ich denke, wenn man etwas weiß in der Wissenschaft, dann ist kalorische Restriktion das gesichertste. Also, einfach ein bisschen weniger essen, macht keinen Spaß, ruhig vom Tisch aufzustehen, aber so einen leichten Hunger mitzunehmen, das ist die Regel Nummer eins. Das zweite ist, die ultra hochverarbeitete Nahrung zu meiden. Also, das ist derzeit ein ganz großes Thema. Also, alles, was Industrieessen ist, das ist nicht alles ungesund, was die Industrie herstellt, aber vieles, wenn man das meidet, ist das zweite wichtig. Und dann kommen eigentlich die zwei bekannten Ratstätten, wenig Zucker und wenig Tierisches. Also, das rundet das dann ab. Dann haben wir ja 100 Prozent identische Vorstellungen. Bei mir kommen noch 80 Prozent gemüsebasierte Ernährung dazu. Würden Sie dem zustimmen? Bei mir ist es ja immer so, ich habe natürlich auch die Arztbrinne auf. Also, das heißt, das, was auch oft in dieser ganzen Longevity gemacht wird, da wird mit Zahlen hantiert und optimiert. Also, wenn man in der ärztlichen Praxis unterwegs ist, dann weiß man, dass das Leben da draußen ein bisschen weniger präzise abläuft. Das ist für mich sehr wichtig geworden. Also, ich denke, Kalorien zählen, Prozentangaben, welches Gemüse, das macht alles keinen Sinn. Also, Hauptsache Gemüse, kann ich auch sagen. Hauptsache. Ich sage aber viel Gemüse. So viel Gemüse, wie es geht. Es gibt ja diese Tenner, diese Blades, wo man dann sagt, da sollte einfach der größte Teil des Gemüses sein und die Hülsenfrüchte. Wunderbar. Wir sind total einer Meinung. Mein wichtiges Thema als erstes ist der Zucker. Da sind vielleicht viele gar nicht so sehr darüber informiert, dass wir verschiedene Zuckertypen zum Teil in großen Mengen zu uns nehmen, die unterschiedlich ungünstig sind. Wir haben da die Glucose, wir haben die Fructose, wir haben die Saccharose und wir haben die Isoglucose. Wollen Sie uns kurz mal beschreiben, was wo drin ist und was besonders ungünstig ist? Also, auch da würde ich vielleicht am Anfang erst nochmal so das Generelle sagen, bei Zucker kommt es auf die Gesamtmenge an. Also, Zucker werden ja auch aufgespalten. Milchzucker ist ein gutes Beispiel, der dann auch in Glucose und in Galactose aufgespalten wird. Also, bei vielen Aufspaltungen kommt dann doch immer Glucose in irgendeiner Fraktion rein in den Körper. Und auch da würde ich einfach sagen, generell sollte die Zuckermenge nicht hoch sein. Weil am Ende addiert es sich zu allem. Und auch Stärke wird natürlich irgendwann runtergebrochen auf Zucker. Und vielleicht muss man es sich gar nicht so kompliziert machen. Der einzige Zucker, den ich eine extra Aufmerksamkeit gönne, ist Fructose, der Fruchtzucker. Weil der eben nicht über Insulin verstoffwechselt wird, sondern direkt Zugang zu den Zellen hat und direkt in die Leber aus unglücklicherweise geht. Und wir wissen halt, dass die Fettleber ein Riesenproblem ist. Und das Fruchtzucker ist wirklich ein Problem. Nicht, wenn wir einen Apfel essen oder ein paar Beeren essen. Aber er ist leider vielen industriellen Hergestellten zugesetzt. Also, da muss man wirklich besonders aufpassen. Aber was ist denn mit besonders süßen Früchten? Mango, Banane, Ananas etc.? Da ist schon eine Menge, oder auch Datteln, eine Menge Fructose drin. Ja, das spielt aber keine Rolle. Also, das Spannende ist, dass man, man hat ja in der Ernährung irgendwann mal begriffen, ich glaube Michael Pollan, der gefeierte New York Times Journalist hat das mal, der hat ja diesen Begriff Nutritionismus geprägt. Er hat gesagt, wir neigen dazu, uns die Einzelteile anzuschauen, welcher Zucker, welche Fettsäuren daraus Rückschlüsse zu ziehen. Und hat sozusagen gesagt, das ist Quatsch. Wir müssen das Ganze betrachten. Und Obst ist für mich das Paradebeispiel. Also, wenn ich die Fructose, eine Riesenportion Beeren nehme, dann wäre das zu viel. Wenn ich aber die Beeren esse, wo die Ballaststoffe noch drin sind, wo Wasser drin ist, dann ist es auf einmal nicht mehr ungesund. Es kommt auf die Matrix an, weil wir können also nicht davon ausgehen, dass diese Fructose oder die Glucose immer leidig in gleicher Schnelligkeit ins Blut übertritt. Das macht einen Riesenunterschied, ob ich ein Marmeladebrot esse, eine Aprikose oder eine Mango esse. Und langer Rede, kurzer Sinn, Studien können durchwegs zeigen, dass der Verzehr von Obst gesund ist. Auch viel Obst. Das ist etwas, das muss ich auch den Diabetes-Patienten immer auszahlen. So, ich darf nicht viel süßes Obst essen. Das ist Quatsch. Sie dürfen viel Obst essen. Bei dem Obst ist die Matrix so, dass es ihn nutzt. Wenn Sie jetzt aber im Supermarkt einen Sirup kaufen, der Fructose angereichert ist, dann ist es ungesund. Können Sie uns, weil wir ja gerne auch mal ein bisschen tiefer gehen, also mich überrascht das, was Sie sagen. Können Sie uns erklären, wieso eine Fructose, also beispielsweise aus der Mango, wo ja wirklich viel drin ist, wieso die für unsere Leber weniger ungünstig ist, wenn sie mit dem Fruchtfleisch und der Schale, die Schale essen wir da auch nicht mit, aufgenommen wird. Das verstehe ich tatsächlich nicht. Das Zauberwort ist sozusagen der Begriff Matrix. Vielleicht mal ein anderes Beispiel. Versuche, Sie geben eine Testmahlzeit und dann essen Sie 20 bis 30 Gramm faserige Ballaststoffe dazu. Dann wird ein Teil der Kalorien aus Zucker oder auch aus Fett, die gleichzeitig reinge, wird überhaupt nicht aufgenommen. Das rückt durch und landet in der Toilettenschüssel. Was auch passiert ist, wenn man Ballaststoffe isst, dann wird die Verdauungsgeschwindigkeit heruntergesetzt. Also bis das sozusagen von Magen weitergeführt wird, in den Zwölffingerdarmus, das ist geschwindigkeitsgedrossen. Und die Geschwindigkeit ist sehr, sehr wichtig. Das lernen wir ja auch gerade bei diesen kontinuierlichen Messungen. Wir wollen nicht diesen Pi, also diesen schmollen Anstieg. Und wenn Sie jetzt einen ganzen Apfel essen, eine ganze Orange, wo diese ganzen faserigen Sachen dabei sind, dann ist die Geschwindigkeit dieses Anstiegs dämmend. Und deswegen ist es nicht mehr ungesund. Und was ist mit der Wassermelone zum Beispiel? Also ich esse das nicht, weil ich so einen Zuckerpeak kriege. Ich merke das wirklich. Und natürlich hat die nicht so wahnsinnig viel Ballaststoffe. Also ich glaube, da greife ich vielleicht schon was vorweg. Ich glaube, dass wir sicherlich so weit kommen werden, dieses Continuous Glucose Monitoring, also diese kontinuierliche Blutzugermessung, vielen Menschen einfach zu empfehlen, um zu schauen, wie es bei ihnen letztlich ist. Weil auch diese grundsätzlich, diese Verdauungsgeschwindigkeit, das wissen wir auch alle, die ist sehr variabel. Und die ist zwischen den Menschen auch sehr variabel. Also auch im Darm. Es gibt Menschen, die haben alle drei Tagestuhlgang, das ist normal. Und es gibt Menschen, die haben viermal am Tagestuhlgang, das ist auch normal. Die Geschwindigkeit ist sehr variabel. Und es gibt Menschen, die reagieren, das sehen wir auch bei diesem, jetzt schon bei dem CGM. Die einen gehen bei Wassermelone hoch, die anderen nicht so sehr. Die einen, das ist sehr, sehr individuell unterschiedlich. Aber die Faustregel ist schon, je mehr Ballaststoffe, je komplexer die Matrix ist, desto besser. Und klar, die Wassermelone hat nicht so viel Matrix, da ist ja auch nicht so viel Faseriges. Wenn Sie die ganze, bei Orange und Orangensaft, ich finde, da ist der Unterschied eigentlich am besten greifbar. Weil eine Orange, die hat ja dieses Faserige. Und da passiert nicht viel, wenn Sie ein Glas Orangensaft trinken. Da geht das CGM meistens richtig. Ja, Sie sprechen jetzt von Glucose. Ich meinte aber die Fruktose, die ja für uns, die uns ja richtig auch schnell dick machen kann. Nicht nur die Leber verfettet. Es ist aber genauso. Auch die Fruktose wird in der Matrix sozusagen festgehalten und in der Geschwindigkeit gedrosselt, wie sie dann in der Leber anflutet. Also fast schon ein mechanisches Prinzip. Das ist also gar nicht so unterschiedlich, weil da ist noch nicht das Insulin dazwischen geschaltet. Also man muss schon ein bisschen drüber nachdenken, wie viele Kalorien eine Banane, eine Ananas, eine Mango hat. Das schon. Aber was den Fruktosegehalt angeht und unsere Leberverfettung und auch das direkte Ansetzen von Fett durch Fruktose, da müssen wir uns tatsächlich keine Sorgen machen. Absolut. Wie gesagt, da bin ich dann auch immer der Meinung, da sollten wir uns einfach die klinischen Daten und die epidemiologischen Daten anschauen. Und da gibt es keinerlei Hinweis, dass Obst in irgendeiner Form metabolisch als für den Stockwechsel ungesund wäre. Es gab sogar mal eine verrückte Studie, die hat Michael Greger, der hat die zitiert, da habe ich die nachgeschlagen, da hat man Leuten 20 Portionen Obst am Tag gegeben und hat die zwei Wochen über verfolgt, also analysiert. Und das war gesund. Also ich finde, das fiel 20 Portionen Obst am Tag. Aber das ganze Obst ist gesund. Okay, und jetzt kommen wir noch zu dem Gift unter den Zuckern. Ich denke, das kann man sagen, Isoglucose, also Sie haben ihn ja vorhin schon angesprochen, diesen Malz-Sirup, der in so vielen auch gerade hochverarbeiteten Lebensmitteln drin ist. Da müssen wir, glaube ich, ein Wort verlieren. Genau. Also das sind ja künstliche, also nicht natürlich vorkommende Zucker, die sind dann Querverbindungen oder Kombinationen von Zuckern, die so in der Natur nicht vorkommen. Das muss nicht heißen, dass es deswegen ungesund ist, aber da gibt es ganz klare Evidenz und Nachweise, dass es dazu besonders ungünstige Stoppwechselreaktionen und Peaks auch von der Glucose kommt. Man beginnt das jetzt auch ein bisschen zu regulieren, also in verschiedenen Ländern. Also diese künstlichen Zucker, die sind wirklich schlecht. Ja, und das wird ja immer so schön etikettiert mit Mais-Sirup, kommt ja aus dem gesunden Mais. Und das scheint tatsächlich auch Volkskrankheiten triggern zu können zumindest, weil besonders in den USA, das ist ja wahnsinnig billig, ist ja noch billiger als der Zuckerrohr oder der Rübenzucker, wird ja in ganz großen Mengen allem Möglichen zugesetzt, von dem wir auch gar nicht vermuten, dass da dieser Mais-Sirup drin ist. Genau. Also man ist immer wieder erstaunt, wenn man Fertigprodukte in die Hand nimmt und dann drauf, in wie viel Produkt der drin ist und das stimmt auch in den USA ist es noch völlig, völlig irrsinnig. Da ist das sehr, sehr viel beigegeben. Und die Welle an Diabetes Typ 2 und an Adipositas, die kann man jetzt nicht nur darauf schieben. Aber ich glaube schon, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und das ist genau wieder auch der Punkt, wo man irgendwie auch die Industrie mal herannehmen muss und sagen muss, das geht nicht so weiter. Das hat man ja auch schon mal geschafft bei den Transfetten. Das ist ja auch eine Analogie. Das sind ja industriell hergestellte Fette, die man früher dann in die Margarine reingemacht hat, weil man dachte, Butter ist ja schlecht, Margarine ist gesund. Bis man dann feststellt, dass die Transfette das ungesündeste Fett sind. Und das wurde jetzt ja doch erfolgreich in fast allen Ländern der Welt gebannt, oder zumindest ab einer gewissen Menge. Und ich denke, so muss es bei dem Maissirup auch passieren. Ja, und vielleicht ist auch gut, wirklich nachzuschauen auf dem Etikett. Wenn man was kauft, ist da sowas drin. Unter welchen Bezeichnungen läuft denn das alles? Also Isoglucose, Maissirup, gibt es noch mehr? Es gibt noch mehr. Ich habe die jetzt aber auch nicht alle im Kopf. Da gibt es viele Kunstbezeichnungen. Das ist ja auch eine Taktik natürlich, dass man, ich will jetzt keine Zahlen in den Raum werfen, aber ich würde sowieso versuchen, keine Produkte zu kaufen, wo eine sehr große Anzahl von Inhaltsstoffen drin ist. Also für mich ist so die Obergrenze so acht ungefähr. Wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, dieser Glucose-Tracker. Das ist ja jetzt gerade so ein bisschen angesagt, dass das auch viele machen, die kein Diabetes haben, sondern die einfach mal gucken wollen, wie reagiere ich denn ganz persönlich auf bestimmte Nahrungsmittel. Das macht doch Sinn. Ja, ich denke, das macht absolut Sinn. Also das ist eine wunderbare Neuerung. Und ich hatte es schon erwähnt, bei den Studien, die ja auch jetzt mehr und mehr publiziert werden, sieht man, es gibt eine große Spannbreite von unterschiedlichen, individuell unterschiedlichen Reaktionen, die auch überraschend sind, teilweise, wo man sich wirklich wundert. So wussten wir schon auch, dass gerade bei Zucker beispielsweise, dass die Ansprechrate auf Zucker, die wir zum Beispiel mit dem Lebensalter kündigen, also da sind nicht mehr so viele Ressourcen da, um zwei Tafeln Schokolade mal so zu verdauen, ohne dass der Zucker raketenmäßig hochgeht. Und das kann man mit diesem CGM, mit den Contiguous-to-Cose-Monitoren schon sehr, sehr schön jetzt sehen. Also ich empfehle das auch allen, meinen Patienten und Patienten, das mal auszuprobieren. Man kriegt wirklich sehr, sehr viel mit und kann dann letztlich beispielsweise, das ist ja auch sehr einfach, beim einen geht es zum Beispiel Kartoffeln los, beim anderen bei Reis. Manche essen einen riesen Teller Pasta und da passiert gar nicht viel. Und das ist schon gut, wenn man das weiß. Vielleicht ganz kurz noch zur Erklärung, diese Monitoring-Instrumente, die sind ganz einfach gebaut, haben so einen kleinen Faden, man schießt sich den tatsächlich unter die Haut, das tut aber nicht weh und kann die so circa zwei Wochen lang tragen und hat eine App, auf der man dann ablesen kann, wie die persönliche Glucose, also Zuckerreaktion ist. Jetzt noch eine kleine Fangfrage, was ist denn so mit Agavendicksaft, mit Ahornsirup, Dattelsirup, was ja viele als einen tollen Zuckerersatz und gesunden Zuckerersatz sehen. Ja, es sind halt Fructosebomben, das ist also, da wir ja schon gesagt haben, Fructose ist in dieser Reihenform natürlich nicht günstig, also begünstigt dann eben Fettleber. Die Fettleber ist wirklich was ganz, ganz Zentrales, die hat sehr an ungünstigem Stellenwert gewonnen. Ja, empfehle ich das jetzt zumindest nicht dauerhaft zu konsumieren. Natürlich ist das mal lecker, mal ein Dattel, ein Parfait oder ein Sirup irgendwo anzumalen. Auch da muss man so, wie man ja so ein bisschen trivial sagt, die Kirche im Dorf lassen. Aber das, was ja gemacht wird, dass man dann oft sagt, mit natürlicher Süße und das wird beworben, dass das dann besser wäre. Und da muss man sagen, da ist der klassische Zucker besser. Also da würde ich lieber Rohrzucker nehmen als Agavensirup. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dattelsirup, Ahornsirup, Agavensirup und so weiter. Ungünstiger als der klassische kristalline weiße Zucker. Boom. Jetzt kurz noch zu den stärkehaltigen Lebensmitteln. Also zur Kartoffel, zur Süßkartoffel, aber eben auch Reis und Nudeln und all das. Das ist eben, das sind auch Zuckerbomben. Ja, jein. Also natürlich ist da Stärke drin und die wird dann über die Enzyme, die ja auch schon im Speisel sind, aber dann natürlich im Magen und Antrieb, dann ist das aufgespalten und am Ende runtergebrochen in Zucker. Aber das haben wir eben schon bei diesem Continuous Glucose-Montoring gelahmt. Das ist nicht ganz im Durchschnittswert vorhersehbar, wie der Körper reagiert. Das muss also jetzt nicht eine Zuckerbombe sein. Was die Matrix habe ich auch erwähnt. Zum Beispiel, Pasta ist ein gutes Beispiel. Pasta sind ja durch Extruder, werden die ja so hergestellt, wissen wir ja alle, die sind ja sehr fest. Also wenn wir jetzt beispielsweise so eine rohe Pasta, so ein Stängchen nehmen und das zerbricht ja dann und wir versuchen das zu kauen. Wir kauen das mal, sagen wir mal, zwei Minuten im Mund, da passiert nicht viel. Wenn Sie ein Brötchen eine Minute ganz langsam kauen, wird das immer süßer, wenn die Amylase im Speichel beginnt, die Stärke im Zucker runterzubrechen. Bei Hartweizenpasta hat man also in der Regel keinen sehr hohen Blutzuckereinstieg. Bei Eiernudeln? Wenn sie schön hart sind, also das Ei ist so eine Unsinn, dass da Ei beigegeben wird. Das sieht dann schön gelb aus, aber es ist ein Becker von vielen salmonellen Risiken und das braucht man eigentlich nicht. Es kann nicht sein, dass es genauso günstig ist wie bei den Pasta, bei den italienischen. Das ist nicht untersucht. Aber auf jeden Fall gibt es da große Unterschiede. Dann haben wir die resistente Stärke, das heißt für Nudeln oder Kartoffeln, erhitzt werden, dann abkühlen, dann kristallisiert die Stärke. Dann ist sie auch nicht mehr so leicht aufspaltbar. Weswegen ein Nudelsalat oder ein Kartoffelsalat oder aufgewärmte Nudeln zu einem geringeren Blutzuckereinstieg führt. Das heißt, da ist auch eine große Spannbreite drin. Und jetzt gehe ich aber mal wieder in das große Ganze. Es gab ja eine vehemente Low-Carb-Welle, wo man versucht hat, die Kohlenhydrate zu verteufeln. Und alle seriösen, großen epidemiologischen Studien zeigen, dass Kohlenhydrate, wenn sie eben in der richtigen Matrix und auch mehr auf Vollkornbasis gegessen werden, sind die sehr gesund. Ich wollte gerade sagen, Vollkornnudeln oder Vollkornreis oder Kartoffeln mit Schale, die haben ja eine andere Matrix als dieser weiße Reis, der komplett gebleached ist. Und was weiß ich, Kartoffelstärke, die man sich da budert, ja, in den Kuchen. Also bei den Pastoren, wie gesagt, da ist das Besondere, dass wenn die eben so die Hartweizenkässe, Pastoren, die so hart sind, das spielt nicht mal so eine große Rolle. Ja, beim Blutzuckerspiegel auch Vollkorn oder Reis. Beim Reis schon, beim Reis hat der Vollkornreis nur leider ein ganz anderes Problem. Der ist stärker arsenbelastet als der gebleachte Reis. Und insofern empfehle ich tatsächlich leider, keinen Vollkornreis zu essen, sondern dann lieber weißen Basmati-Reis. Aber da steigt der Blutzuckerspiegel bei den meisten schon. In der ganzen Welt müssen wir mit Arsen im Vollkornreis rechnen, egal wo der Reis herkommt? Also Basmati-Reis ist der am wenigsten belastete Reis in der Hinsicht. Deswegen empfehle ich immer den. Aber es trifft generell auch jede Reissorte zu, die bislang untersucht worden ist. Man müsste das vielleicht nochmal aktualisieren. Ich habe gehört, dass in Österreich jetzt Reis angebaut wird, was ich erstmal gut finde. Vielleicht haben die Österreicher den ersten Arsen freien Reis. Ich weiß es aber nicht. Sie wirklich enttäuschen mich. Ich liebe Vollkornreis und denke, ich tue was Gutes. Man muss ja viele Ballaststoffe zu sich nehmen und die 30 Gramm Minimum am Tag, die schaffen wir ja gar nicht so leicht. Und jetzt soll ich Basmati-Reis essen? Also das finde ich jetzt ziemlich schrecklich. Ja, sie wecken natürlich aber auch den Finger in die Wunde. Manche bis zum Ende alle nicht, wie sich das aufrechnet. Natürlich sind die Ballaststoffe in Vollkornreis gut. Aber ich muss eben aufgewahr werden, dass das Arsen nicht so gut ist. Jetzt wissen wir beide nicht. Am Ende von mehreren Jahrzehnten erhöht das das Risiko von den neurodegenerativen Ertankungen oder nicht? Ja, und jetzt protze ich mal mit meinem Wissen, auch in der Reisschale sind ja Phytate, zumindest wenn wir den Keimling dann noch mit drin haben. Und das ist ja im vollen Korn der Fall. Und die Phytate binden ja genau solche Mineralstoffe wie Arsen und man scheidet die dann, was für viele Mineralstoffe, die wir brauchen, ungünstig ist. Man scheidet die doch dann einfach wieder aus. Das, genau, das kann auch sein. Wir wissen ja beide nicht, was am Ende individuell daraus kommt. Aber das stimmt, das zeigt einfach auch mal wieder, das Ganze ist sehr komplex. Na gut, also ich brauche keine Angst vor Hartweizenpasta zu haben. Nicht zu viele Kartoffeln, denke ich. Süßkartoffel hat ja noch viel mehr an Zuckern. Vielleicht damit zurückhaltend sein, aber diese totale Low-Carb, nein, bloß keine Kartoffel, ist übertrieben. Und beim Reis, ja, auf die Phytate hoffen. Sie mögen ja keine Zahlen, haben Sie mir ja vorhin deutlich gemacht. Aber vielleicht können Sie überschlagsmäßig schon mal an diesem Punkt unseres Gesprächs sagen, was würden Sie denn empfehlen? Wie viel Prozent Kohlenhydrate, wie viel Prozent Proteine, Aminosäuren und wie viel Prozent Fette jetzt gewichtsmäßig, ja, also vom Volumen her ist es ja ganz schwierig, beim Gemüse zum Beispiel zu werten. Oder beziehen wir es auf Kalorien vielleicht? Und wenn wir, was weiß ich, 1800, 2000 Kalorien pro Tag aufnehmen, wie viel Prozent der Kalorien sollten aus den verschiedenen Makronährstoffen bestehen? Ich glaube, ich bleibe meiner Linie treu und weigere mich, die Zahlen anzugeben. Naja, das sind ja die spannendsten Fragen, die Sie da ja auch verarschen. Also es gibt eine sehr schöne Publikation in Lancet 2018, da hat man Low-Carb und Low-Fat aufgetragen und sieht, das geht halt so, an beiden Enden geht die Sterblichkeit und die Krankheitshäufigkeit hoch. Also wenn ich einfach sehr viel Carbs esse, geht es hoch, weil dann natürlich auch sehr viel Zucker dabei ist. Wenn ich sehr High-Protein, High-Fat esse, was leider in Amerika sehr im ist, dann geht das Risiko auch hoch. Dann verurren meine Darmbakterien, dann habe ich wenig Ballaststoffe. Das Ganze kommt aber immer sehr drauf an, auf die Gesamtnahrung. Okinawa zum Beispiel ist ja eine der Präsenz, wo also zu der Zeit, wo die Forscher diese Bevölkerung untersuchten, merken, da gibt es so viele Super-Centenarians, die hatten unwahrscheinlich geringen Proteinanteil in der Nase. Das war Low-Protein, wo alle Geriater, also die Altersforscher, jetzt die Hände und Ernährungsberater über den Kopf zusammenschlagen. Dort gibt es ja eine Saukopenie, eine Muskelfrau und die hatten keine Muskelfrau und die haben 80% Kohlenhydrate gegessen. Jetzt empfehle ich natürlich nicht 80% Kohlenhydrate. Aber ich will nur sagen, am Ende kommt es doch an, ob das gesund ist, das gesunde Kohlenhydrate ist und die auch das Mikrobiom ernähren. Und Fett, wenn es gesund ist, wenn es Olivenöl ist, wenn es Leinöl ist, dann kann der Fettanteil hochgehen. Das sage ich auch. Wenn das Fett aus Bauchspeck-Schweinebraten besteht, dann würde ich sagen, da sollte nicht so viel rein. Bei Protein auch, wir wissen, das zu viel tierisches Protein ist schlecht für die Langlebigkeit. Natürlich muss ich ab dem 60. Lebensjahr ein bisschen mehr Protein zu mir nehmen, um die Muskeln zu stärken. Also man kann die nicht in einen Topf werben, sondern es kommt immer darauf an, welches Protein, welche Kohlenhydrate, alt bin ich, was will ich. Können wir uns darauf einigen, Herr Professor Michalsen, was die Kohlenhydrate angeht? Die Langkettigen, das sind ja die pflanzlichen, die die Pflanzen stabilisieren etc. Das sind auch zum großen Teil unlösliche Ballaststoffe. Die sind im Vollkorn zum Beispiel, die sind in den Gemüsen. Die kann man ganz, ganz viel essen und das haben ja auch die sogenannten Centenarians, also die 100-Jährigen und Älter in Okinawa in Massen gemacht. Die sind toll. Aber den Zucker, das sind die Kurzkettigen, das ist eben die Glucosefruktose und die Saccharose und die Isomaltose. Das alles möglichst sparsam. Und jetzt kommen wir vielleicht... Da bin ich dabei. Super. Wir haben gemeinsame Männer. Jetzt haben wir natürlich noch die Fette, da haben Sie schon was dazu gesagt, die Proteine, haben Sie auch schon was dazu gesagt. Wollen wir ganz kurz einen Ausflug machen zum Gemüse überhaupt, warum das so wahnsinnig gesund ist. Da haben wir ja die pflanzlichen Wirkstoffe. Über 100.000 verschiedene gibt es. 8.000 sind für den Menschen offensichtlich, wahrscheinlich relevant. Da sind ganz viele Polyphenole darunter. Was sind denn so Ihre Lieblingspolyphenole und Wirkstoffe aus Pflanzen und welche Gemüse finden Sie denn am wertvollsten? Also bei den... Genau. Die Polyphenole, das ist ja so eine Wundertüte. Je mehr man... Also man kann das ja auch so durchdeklinieren und kann viele Aspekte finden, weshalb die gesund sind. Das beginnt damit, dass Sie eben die Verdauungsgeschwindigkeit schon mal reduzieren. Also das ist so ein Effekt, der ist so ähnlich wie bei Ozenbik. Das läuft über GLP1, dieses neue Abnehmenspritze in Ozenbik. Also da geht es schon mal los. Na, dann sind die Polyphenole auch für das Mikrobium ja sehr wichtig. Also man weiß, dass die kurzkettigen Fettsäuren, die sind wirklich sehr gesund für uns. Die werden von den Bakterien im Darm produziert. Die werden mehr produziert, wenn wir mehr Polyphenole essen. Am Ende ist die Frage natürlich von den Polyphenolen, was kommt denn aber in der Sinne an? Da muss man fairerweise sagen, das weiß keiner. Also was wir gerne immer machen, wir sagen ja, das ist antioxidativ und das hat so eine antioxidative Kraft. Am Ende weiß keiner, ob diese Polyphenole überhaupt in die Zelle so reinkommen. Aber es gibt Studie und Studie, die zeigen, dass die Menge an Polyphenolen, also je mehr wir davon essen, desto gesünder. für Gewichtsregulierung, für Diabetes, für die Vermeidung von Herzerkrankungen. Und ich sage meinen Patienten und Patienten einfach immer, man soll möglich, also meine Favoriten sind all das, was dunkelviolett, schwarz, dunkelblau ist. Das sind wir natürlich bei Beeren, wie Brombeeren oder die wilden Blaubeeren. Aber da gibt es ja auch den roten Chicory oder rote Salate oder es gibt den Rotkohl. Genau. Ich schaue auch immer in den Supermarkt gerne, was ist schön, so violett. Es gibt ja auch viele Züchtungen oder es gibt jetzt die Möhren, die auch so dunkelrot, fast purpur sind. Also man kann da einfach mit dem Auge einkaufen, weil es gibt ja auch eben verschiedene Sorten. Also wenn da jetzt drei Paprika sind, dann würde ich die rote Paprika beeren und ein violettes Blattgemüse oder grüne Bahnen. Also ich würde nach der Farbe letztlich gehen und natürlich auch nach der Inhaltsdichte. Blaubeeren zum Beispiel, da haben die Kulturglaubeeren nur ein Siebtel, ein Achtel der Polyphenol-Dichte wie die wilden Blaubeeren. Das sieht man ja aber auch, wenn man die durchschnittet oder aufbeinst, dann ist das Fleisch bei den Kulturen, Blaubeeren hell und bei den wilden Dunkeln. Also auf die Menge kommt es letztlich an. Und Bitterstoffe sind ja auch gut. Es beginnt ja bei der Artischocke, geht über Rucola, zu Meerrettich und ich weiß nicht was alles. Und da ja die meisten Menschen Bitteres nicht mögen, werden ja die Bitterstoffe aus den Gemüsen rausgezüchtet. Das ist ein bisschen schade, ne? Das ist extrem schade, ja. Also, genau, Bitterstoffe, die stimulieren auch dieses GLP1, also was das Ozenpick macht, das sollten die Menschen eigentlich mögen. Genauso wie ich glaube, die Firma Bayer hat ja Zwiebeln produziert, wo man nicht mehr weinen muss. Das ist natürlich auch Quatsch, dass diese Scharfstoffe, die uns da zum Weinen bringen, wenn wir die Zwiebeln schneiden, genau das ist es, was wir haben wollen. Ich ködere meine Patientinnen und Patienten immer, dass ich sage, es gibt einen Bitterstoff, der ist auch sehr gut untersucht wissenschaftlich, das ist Bier. Oh, Bitterhomps. Und damit versuche ich sie immer anzuködern, dass sie sich ein bisschen an Bitteres geben. Und es ist ja auch wichtig zu wissen, dass diese Stoffe null in tierischen Produkten drin sind. Sie sind wirklich nur in Pflanzen und die werden in Pflanzen nur gebildet in größeren Mengen, wenn die unter leichtem Stress stehen. Also, wenn der Wind sehr stark ist, wenn mal Wasser fehlt, wenn es mal zu heiß ist oder wenn sie Attacken von irgendwelchen Bakterien oder Viren haben. Sprich, die haben mehr, die Gemüse, wenn sie bio aufgezogen werden. Genau. Wenn es die Pflanze schwer hat, wie Sie schon gesagt haben, dann ist mehr drin. Es gibt ja diesen Spruch auch bei den Weinkennern, der Rebstock muss leiden. Und dann ist der Wein besonders inhaltsreich. Warum? Genau, wenn er leidet, also wenn da die Sonne reinknallt und es ist noch trocken und so, muss die Pflanze selber mehr Schutzstoffe produzieren. Das sind die Polyphenolen. Und das ist für mich auch der, neben natürlich der geringeren Pestizidbelastung, das Argument für Bio. Also, da sind jetzt mehr Vitamin C drin, weil das hängt jetzt nur von der Sonne ab. Aber es sind mehr Polyphenole drin und die sind sehr wichtig. Ja, und eins sollte man sich vielleicht auch nicht so vorstellen, dass diese Polyphenole, das sind ja nicht sehr kleine Moleküle, dass die einfach mal als große Moleküle so durch den Dünndarm gehen, ins Blut und dann durch die Leber und dann in der Zelle unverändert ankommen. Nee, das sind ja die Metaboliten, das sind ja die kleinen Spaltprodukte, die da ankommen und offensichtlich tolle Wirkungen haben, die bis heute bis ins Detail noch gar nicht erforscht sind. Viele wirken ganz toll zusammen, nennt man Phytokomplex, also wenn man die vielen verschiedenen Polyphenole aus einem Gemüse isst, ist es viel besser, als wenn man Tabletten einwirft mit jeweils nur einem Polyphenol. Jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, das Fermentieren, das tut ja so ein bisschen das, was in unserem Verdauungstrakt auch schon mal passiert, da werden nämlich die Polyphenole schon mal so ein bisschen kleiner gemacht. Was halten Sie denn davon? Ja, das ist natürlich total auf Wok und da das Mikrobiom als Thema auch auf Wok ist, ja, ist schon klar, man weiß letztlich wissenschaftlich noch nicht so viel darüber, also was schon aufhängt, ist beispielsweise bei den Milchprodukten, wenn man die klassifiziert, in den epidemiologischen Studien wird klar, dass Joghurt und Kefir positiv herausstechen. Also Milch, Pansi ist nur akal, manchmal sogar eher als Getränk ungesund, aber sobald es fermentiert wird, wird es gesund. Bei Sauerkraut gibt es auch so epidemiologische Daten, bei Kimchi und so weiter. Das Mikrobiom fermentiert ja selber auch, also man triggert es schon mal vor und wie Sie sagen, das wird ja dann, lange Moleküle werden dann schon mal kleiner gemacht, es wird diverser, es wird vielseitiger und insofern halte ich da schon sehr viel davon. Ich glaube, aber vielleicht noch wichtiger ist, da gehe ich einher mit Tim Spector, der das Zoe-Projekt da am Kings College London macht, dass ich glaube, neben der Tatsache, wir sollten viel Gemüse essen und viel Obst, ich glaube, er sagt immer, wir sollten 30 verschiedene Gemüse und Obstsorten pro Woche essen, um da diese Diversität in das Mikrobiom und in die Fermentierungsprodukte reinzukommen. Hört sich nach fürchterlich viel an, aber wenn man da die Gewürze noch, also wenn man da jetzt Petersilie und Basilikumblätter und Kaffee und alles dazu, also ich habe das meistens schon am Dienstagabend eigentlich abgearbeitet, das geht eigentlich ganz gut. Ja und man muss halt einfach im Hinterkopf wissen, das sind Bakterien, die dieses Fermentieren machen und damit unterstützen wir die Bakterien in unserem Darm etc. Das ist ja irgendwie auch ganz schön. Aktivierung von verschiedensten Wirkstoffen aus der Pflanze noch ganz kurz, durch den Prozess des Keimens. Ist es gut, wenn man sich selbst eben Keimlinge züchtet der verschiedensten Sorten, kann man jetzt alles machen, mache ich auch und sich das dann auf den Salat streut etc., da habe ich ganz viel aktivierte Wirkstoffe drin? Es ist natürlich ehrenvoll, wenn man es selber macht, das ist halt ein bisschen eine Zeitversorgung. Es ist auch weltweit gesund, klar, also Keimlinge im Getreide, Weizenkeime, Brokkoli, Sprossen und so. Klar, im Keim ist die Essenz, da ist die Intensivierung der Nährstoffe, die ist super. Ja. Ich glaube, deshalb soll man auch ein bisschen aufpassen mit Vollkorn, dass man zum Beispiel ins Müsli tut, da ist eben noch nicht gekeimt und wenn man das nicht einweicht, dann hat man genau diesen Phytate-Effekt, das heißt, all die tollen Wirkstoffe, die für den Keimling aufgehoben sind, die können nicht aktiviert werden, weil die von den Phytaten festgehalten werden und dann, wenn wir die essen, auch wieder durch den Darm und so weiter ausgeschieden werden. Frage, schaffen Sie es, ich sage jetzt nicht 80 Prozent, aber schaffen Sie es überwiegend gemüsebasiert sich zu ernähren? Geht so. Also ich bin natürlich völlig dafür und strebe es an, aber Gemüse braucht halb Zeit. Das müssen wir beide, das muss man zubereiten, das muss vorbereitet werden. Ich habe nicht immer die Zeit dafür, leider. Aber ich behelfe mir dann halt damit, dass ich versuche, bei den Dingen, die ich in meinem gedrängten Tag vielleicht doch ein bisschen blott zu mir nehmen kann, also sprich Vollkorngetreide, Vollkornbrot oder Vollkornnudeln von der letzten Mahlzeit und Hülsenfrüchte, Hülsenfrüchte, da bin ich da kein Feinschmicker, da nehme ich mir einfach Kichererbsen oder weiße Bohnen aus dem Glas und mache die dazu. Das ist so die praktische Art und Weise, die ich verfahre. Aber Gemüse ist, also ich habe es schon überall stehen, ich dachte jetzt nicht, dass ich mich hier in schlechtes Licht drücke, aber genau, man muss immer gucken, wie man es hinkriegt. Ich mache es immer mittags so, ich habe immer eine verschiedene Variation, ich bin ja nicht im Krankenhaus wie Sie, sondern ich arbeite fast immer zu Hause. Ich mache dann ganz viele unterschiedliche Salatsorten zusammen oder Tomate und Sprossen und so, das geht ziemlich schnell, also ich brauche für die Vorbereitung eines Salats inklusive Kichererbsen brauche ich maximal acht Minuten und dann liebe ich Tiefkühlgemüse, abends mag ich nicht so gern roh essen und dann mache ich mir aus dem Tiefkühlgemüsen immer wirklich so was zusammen. Das ist super, dass die das natürlich erwähnen, genau, das ist, komischerweise denken viele Menschen, dass Tiefkühlgemüse oder auch Tiefkühlobst wäre nicht mehr gesund und das ist Quatsch, das ist ein Wirkungsverlust von unter 10 Prozent und genau, das ist eine super Idee einfach aus der Tiefkühltruhe. Übrigens auch, das Thema hat man zwar schon auch Polyphenole, das ist viel besser, sich Tiefkühlheidelbeeren, wilde Heidelbeeren zuzubereiten, als frische Kulturheidelbeeren zu verzehren. Also da ist der Polyphenole in der TK-Wage viel höher. Ja, das ist natürlich interessant. Aber du musst mal ein bisschen gucken, dass da nicht zu viele Geschmacksverstärker und Sonstiges drin ist, wenn die Menschen sagen, ich mag keine Erbsen ohne irgendeinen Zusatzgeschmack. Man kann das dann immer noch mit Kräutern verfeinern, aber bitte nicht mit diesen super Kunststoffsoßen, die da manchmal beigefügt sind. Letztes zu dem Thema, manche denken ja so, diese veganen Ersatzprodukte, die gibt es ja dann, kann man ja auch einfach so reinbeißen als schnellen Mittags-Snack. Was halten Sie denn davon? Also ich habe da zwei Meinungen. Also die erste ist natürlich, dass ich im ersten Impuls sagen würde, das ist schlecht und ungesund, weil das ist ja hochverarbeitet. Und so hört man derzeit auch viele Kolleginnen und Kollegen, das so einzuordnen. Interessanterweise gibt es noch nicht viele Studiendaten und mich hat es so ein bisschen nachdenklich gemacht. Es gibt zwei Studien, die Swag Meat Studien von Christoph Gardner aus Kalifornien. Das ist wirklich ein sehr renovierter Ernährungsforscher, also fast schon ein Papst. Und der hat mit Beyond Meat zwei Studien gemacht, einmal für Athleten und einmal für Normalbewerbungen und hat die einfach auf mehr pflanzlich getrimmt und indem er diese Produkte sehr stark eingesetzt hat. Und das waren lauter günstige Wirkungen auf Cholesterin, Gewicht, Brutzuckerregulation. Das hat mich so ein bisschen jetzt vorsichtiger werden lassen. Als Geister zu viel Salz drin und da ist, aber das wird besser und ich glaube letztlich, das ist für mich so eine Brückentechnologie. Also wenn jetzt jemand wie Currywurst ist, hier in Berlin oder anderes komisches Fleisch und glaube ich, dass das schon eher einen Vorteil hat, wenn er ein veganes Ersatzprodukt sich angewöhnt. Wenn natürlich jemand Auberginen, Zucchini und Möhren isst und der isst stattdessen einen Beyond Meat Burger, dann wird das nicht besonders gut sein. Also eins kann man sagen, Cholesterinspiegel geht hoch, vor allem durch tierische Produkte. Und wenn ich da Ersatzstoffe habe, veganer Natur, das ist schon mal nicht so verkehrt, aber die Emulgatoren und der Salzgehalt und so weiter. Ja, wenn man es nicht unbedingt braucht, wäre es gut, die Finger davon zu lassen, denke ich jetzt mal. Genau, die Emulgatoren, ja, genau, die Emulgatoren, das ist ja das Gleiche auch wie bei den Süßstoffen und so, das ist halt alles nicht gut fürs Mikrobiom und das muss man einfach immer mitdenken, dass das, das wird immer deutlicher, dass das eine ganz große Rolle spielt. Ja, jetzt haben Sie mir natürlich ein Stichwort gegeben, Süßstoffe. Ganz kurz, gab es ja in letzter Zeit unglaublich viele Veröffentlichungen dazu, wie krebserregend und ungünstig diese Süßstoffe sind und jetzt abgeschätzt und verglichen, wenn ich jetzt wahnsinnig gewöhnt bin, wahnsinnig viel Zucker zu essen und einen großen Teil davon durch Süßstoffe ersetze, fahre ich dann schlechter oder besser? Vermutlich schlechter. Also mit dem Krebsrisiko, ich denke, das muss man auch ein bisschen in Relation setzen, das sind epidemiologische Daten, wenn man sich dann die absoluten Zahlen anschaut, also es ist ja nicht so, dass man da irgendwie gleich Krebs kriegt, wenn man da Süßstoffe verwendet oder Aspartam verwendet, aber was klar ist, das gibt es für viele, es sind einfach so viele ungünstige Wirkungen für die Gruppe insgesamt beschrieben, Sucranose beispielsweise verpflichtet die Insulinfunktion, oder Erythrit, was ich bis vor zwei Jahren noch empfohlen habe, weil ich dachte, ach, das ist da neben Stelia der einzig gute erhöhtes Herz-Kreislauf-Risiko, Herzinfarkt-Risiko, Studie von der Charité mit relativ beeindruckenden oder sagen wir mal fürchterlichen Zahlen und das kommt immer mehr zusammen, dass man sagt, Mikrobiom, Herz-Kreislauf-Gesundheit, das ist nicht gut und selbst das, was man dachte, dass die Leute eher abnehmen, das passiert ja auch nicht. Sie haben es ja vorhin gesagt, man gewöhnt sich dann dran an eine Geschmack-, an übertriebene Geschmacksintensität und das führt zu schlechten Ernährungsgewohnheiten. Also, am Ende des Tages, Stevia hat für mich so eine, ist für mich die einzige Ausnahme. Aber das hat ja auch so einen leicht metallischen Nebengeschmack, da neigen die meisten Menschen auch dazu zu sagen, so viel mag ich davon gar nicht. Aber interessanterweise, Stevia ist, das ist noch gut für mich. Okay, wichtig zu wissen. So, jetzt kommen wir ganz kurz noch mal zu den Proteinen. Von Ihnen möchte ich die klare Aussage, tierische Proteine eher wenig und pflanzliche aus Bohnen, weißen Bohnen, aus Kichererbsen, aus Soja etc., möglichst fermentiertem Soja, Natto, Miso und so weiter. Ja, bin ich dabei. Also, es ist ganz klar. Ich würde nur noch eine Alterszahl reindringen. Also, ganz klar ist, dass für mich, da gibt es auch viel Streit, aber wenn ich mir die ganzen Daten anschaue, dann denke ich, tierisches Eiweiß, das was wir lange Zeit als den Vorteilen sehen haben, dass es eine besondere Wertigkeit hat, biologisch, wenn es komplett im Aminosäuren, in der Zusammensetzung ist, und das ist vor allem die Verzweigtkettigen, Aminosäuren und Methionin als schieflautige Aminosäuren, das wissen wir halt, das ist ein Alterungsaktor, wenn man zu viel davon platziert, gerade die Verzweigtkettigen. Aber es ist eben so, deswegen steht es ja in den ganzen Bodybuilder-Studios rum, diese Protein-Pulver mit sehr viel Verzweigtkettigen, auch in den Drogeriemärkten, das ist alles voll damit, wo dann extra Methionin und BTAA draufsteht. Und da, der Muskel wächst. Oder es gibt Leute wie in den USA, Peter Attia, die sagen, ja, jeder, der ab 60 muss man unbedingt die Verzweigtkritiken zu sich nehmen. Dann haben wir auch selber immer die Muffinshirts an und die Balance geht da auch wieder verloren. Mir ist es schon klar, wenn man ungefähr 60 plus ist, braucht man eine höhere Proteinmenge. Die Absorption im Magen ist nicht mehr so gut. Aber man kann ja nicht komplett über Bord schmeißen. Das Ganze klar ist, das Verzweigtkettige, aber wie nur so, und Metionin sind Alterungsfaktoren. Und das wird da gemacht. Das macht uns ganz wild, wenn ich das mal lese. Und insofern denke ich, wir müssen das zusammenbringen. Pflanzliche Eiweiße sind besser, in der Regel, als tierische. Wenn ich jetzt Schwierigkeiten habe, diese Proteinmenge, ich bin jetzt ein 75-jähriger Mensch und ich brauche 80 Gramm Protein bei einer gewissen Körpergröße, ich sage nur 1,2 pro Kilogramm Körpergewicht, dann kann es schon schwierig sein, das alles mit Bohnen und mit Vollkorngetreide zu machen. Dann, ja gut, dann muss da Molkenprotein oder Quark oder irgendwas dazu. Das ist schon klar. Aber ich würde grundsätzlich schon sagen, erst mal mit pflanzlichen Proteinen auffüllen und wenn das nicht gut geht, dann kann das Tierische in gewisser Menge seinen Platz finden. So ungefähr. Und da haben Sie ja auch Joghurt schon erwähnt, Sie haben Kefir erwähnt. Was ist mit Skir? Ja, Skir ist ja irgendwie so zwischen Joghurt und Quark, ein bisschen, ist ja auch gut. Aber also Joghurt und Kefir, also Kefir ist ja gerade das Mikrobiom natürlich extrem gut. Da schmeckt man ja auch schon. Das ist ja super säuerlich, also meine Kinder mögen das dann nicht mehr. Ist für mich number one. Joghurt, aber man kann dann auch Butter, Milch, Kier und so. Und Molkeprotein mit Lysin, das finde ich auch noch ganz interessant. Ja, wobei ich halt beim Molkeprotein sehe ich halt schon, dass man da dann wieder auf eine Menge von Methionin und Verzweigkritiken kommt. Ich meine nicht. Wir alle wissen es. Wir wissen es alle nicht, wie am Ende sich diese Grundlagen wissenschaftlichen Daten auf den komplexen Organismus übertragen. Aber so ganz ist mir das Molkepulver nicht geheuer. Ja. Kefir, Joghurt, bringt es auch. Und eins ist jetzt in den letzten Monaten, Jahren eigentlich deutlich geworden, Methionin steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Ja genau. Also das ist für mich wirklich auch der Zweifel. Ich überhaupt nicht gerne. Das war, ich habe ja eine lange Phase mit Walter Longo zusammengearbeitet und damals waren die noch befreundet, jetzt sind sie nicht mehr so befreundet, Luigi Fontana, das ist ja auch der andere sehr, sehr großer Altersforscher. Ich meine, die haben ihre Rackungen massiv schräg gealtert, indem sie eine Methionin-reiche Ernährung gegeben haben. Haben sie Methionin rausgenommen, dann sind die doppelt so alt. Oder 30% älter. 30% bis 50% älter geworden. Das sind einfach Fuck. Also wie gesagt, deswegen wundere ich mich einfach nur, wenn Peter Attia sagt, man soll auf Methionin achten. Dann kriege ich, also ich persönlich schicke das dann nicht zusammen. Walter Longo, wenn Sie den erwähnen, der sagt ja zum Beispiel, man sollte möglichst Proteine nur einmal am Tag in einer größeren Menge essen und nicht über den ganzen Tag verteilen. Das würde ich nicht so sehen. Ich denke, das hat sich geändert. Man geht heute davon aus, das sind sich, glaube ich, die meisten Ernährungswissenschaftler einig, dass wir einen so ein 24 Stunden Proteinpool im Leber, Muskel haben, Mikrobiom, der sich dann zusammenfindet. Also in beide Richtungen kann man da Entwarnung geben. Ich kenne auch noch die Athleten, die Profisportler, die meinten, sie müssten 10 Minuten vor einer Peak-Performance Proteindrink zu sich nehmen. Auch das ist Quatsch. Das wird, das gleicht sich über den Tag aus. Insofern kann man den ganzen, ich würde fast sagen, es vielleicht sogar besser über den ganzen Tag von Thai-Produkten. Letzter Satz zu den Fetten. Ich glaube, da brauchen wir tatsächlich nicht allzu viel loszuwerden inhaltlich, aber wichtig ist vielleicht zu wissen, pflanzliche Öle sind halt für uns super gut, auch gerade, weil sich eben die wichtigen Polyphenole dann besser und vor allem Vitamine besser aufnehmen lassen. Was gibt es noch zu sagen zu pflanzlichen Ölen versus tierische Fette? Ja, ich würde schon das Olivenöl natürlich ganz auf das Podest stellen. Da haben wir einfach die meiste Evidenz. Da gibt es ja fantastische Studien wie die Predimed-Studie. Es gibt ja wirklich, es gibt ja wenig solche ganz robusten und knallharten Daten. Das ist nie gelungen für Sonnenblumenöl oder das Maiskarnöl, das ja auch weniger einfach gesättigte und weniger Omega-3-Fanzäure. Also ich würde das Olivenöl herausheben und das Leinöl. Das Frapsöl ist eigentlich auch noch ganz gut. Das war die Lyon-Diet-Hard-Studie, die das gesagt hat. Da gibt es natürlich noch Öle, die man aber ja nicht so in großer Menge verzehrt. Walnussöl ist auch super, aber auch teuer. Aber Bäschen, wir sollten, ja, Sesamöl, genau, aber wir sollten Bäschen, nämlich Kokosöl, oder? Jein, also Kokos, also Bäschen, Palmöl natürlich. Palmöl ist schlimm, es hat viele gesättigte Fette und es schadet der Erde, weil ja die Monokulturen da genau an den palmischen Regionen der Welt entstehen. Beim Kokosöl gab es ja die Totalablehner und die absolute Befürworter. Ich glaube, wenn ich die, ich habe es vor ein paar Wochen zum letzten Mal die Daten recherchiert, auch in Meta-Analyse, da kommt es neutral rüber. Ich glaube, die gesättigten Fette, die drin sind, die natürlich schlecht sind, die negative Wirkung nimmt sich auch mit den Mittelkettigen zu reden, die in kleiner Menge, nicht viel, aber die in kleiner Menge drin sind. Also insofern sage ich, wenn ich jetzt einer Thai-Curry-Mast kann das Kokosöl Kokosfett da reinmachen, aber vielleicht nicht als Hauptspeisefett verwenden. Vielen Dank, Herr Professor Michalsen, das war jetzt wirklich ein Parfumsritt durch die Welt der Ernährung. Ich sage unseren Zuschauerinnen und Zuschauern oder Zuhörerinnen und Zuhörern, das ist jetzt 14 Uhr. Haben Sie schon zu Mittag gegessen? Ich? Ja? Leider nicht. Der Hunger kommt. Was werden Sie essen? Ja, ich bin am Krankenhaus, ich muss mal gucken. Leider ist um 14 Uhr das Beste meistens schon weg. Insofern kann es auch sein, dass ich hier mit dem Geschimpf nebenan mir ein Sushi hole. Da ist ja wieder so viel weißer Reis drin. Da ist weißer Reis, Avocados, dann hole ich mir noch irgendein Hülsensfrucht, Glas. Und das ist dann halt so. Also ich habe zwei Dinge zu sagen. Danke, dass Sie auf Ihr Mittagessen im Krankenhaus verzichtet haben. Und zweitens, ich habe gelernt, Sushi mit weißem Reis schützt mich vor Arsen. Vielen Dank, Herr Professor Michalsen. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Weitere Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du etwas in dieser Folge gelernt hast und diesen Podcast unterstützen möchtest, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Damit hilfst du mir und anderen Zuhörern, dass dieser Podcast und seine Inhalte leichter gefunden werden. Besuch mich auch auf meinen anderen Kanälen bei Instagram, TikTok, Facebook oder YouTube. Ich freue mich immer über Feedback und weitere Fragen von dir. Alles wird gut, aber nicht von alleine.